Wir sind wieder Beep. Hier kannst du tauchen. Ja, hab ich schon. Ein paar übrigens. Ich wollte eigentlich schon immer mal diesen Sprengstoff ausprobieren. Geht der? Oder muss ich das noch aktivieren? Oder mach das einfach so, bumm. Wir müssen da eins drauf schießen. Gehst du es, was liegt? Nein. Schieß mal mit dem Brandfeld in die Richtung, selber. Oh, Moment. Hey, was? Nein. Einmal. Okay. Wie geht's? Die, die, die. Wie geht's? Ich crafte mir gerade was, ich greife einfach nur, BOOM und du, HO! Ähm, keine Ahnung, irgendwie hat es funktioniert. Eigentlich macht das BOOM, ja, so weit sind wir auch schon. Mein Problem ist, ganz ehrlich, wir hatten oben noch einen anderen Gang und das hier sieht mir stark heraus, dass es weiter geht. Was hältst du davon, wenn wir ganz kurz das andere noch angucken? Weil, wenn da nochmal eine Sackgasse ist und was wichtiges versteckt ist, weil hier, wenn wir hier weitergehen kommen, ist safe irgendwo raus. Ja, 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 ja. Los, mein Kletterämpfchen, klettere, klettere! Ich weiß, dass es langsam schon langweilig wird, aber hundertprozentig... ...hund...hund...hund...halt dein Maul! Ich hab hundertprozentig, du nicht, also folge dem geistig Verwirrten! Moment, oder was? Jetzt klingst du schon so, wie es eigentlich sein sollte. Viel besser! Ha, also geht doch! Let's go! Alkohol, Munition, Munition, Stoff! Okay, man kann sich das hier also immer wieder holen. Cool. Ähm...hm... Oh, ja! So, also, die Richtung hier noch, hier war's. Nein, das war hier hinten. Du gehst zum Ausgang. Nein! Wie... Hier sind wir noch nicht durch. Von da kamen wir, das ist das Wasser da. Das weiß ich noch genau, weil ich da... ...mit meiner geistig kompletten, gesunden Art mit der Motorsäge Feinde zerschnitten habe. Ja, warum? Ja, ging's doch da irgendwo weiter, oder nicht? Hier, guck. Hier, hier. Gehen wir nach links? Ja, 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 ja! Ich fahr schon. Mach noch mal ein bisschen schneller, ey! Okay. Ja, super. Ah, hier jetzt noch mal. Ich wasche mich! Ey, nicht gucken. So. So. Oh, so. auszugehen. Ja, ich weiß nicht. Ich will geh mal hoch. Hast du es? Ich dachte, ich kann halt ein bisschen höher. Direkt anfangen zu klettern. Oh, hallo. Hallo, Alme. Hahaha. 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 Oh my god. Oh my god. Voller Scharf, Schütze. Oh, shit. Ich kann fast drin, Bro. Ja, wow. Lass ihn ausbrennen. Zünd ihn nicht nochmal an. Ich will ihn häuten. Ich will die Rüstung. Ich glaube nicht, wenn er verbrennt eben nicht. Alter, ich hatte es zumindest schon mal. Dass das nicht ging. Ich gehe von meinen Feiler zurück. Wow. Hast du gesehen, wie der um die Ecke kommt? Hahaha. Hahaha. Ist so ein scheiß Model. Ist so ein scheiß Model. Nice, ein Headshot. Nichts. Ah, nur bei der Explosion kriegt man nichts bei Verbrennen. Ist egal. Dann war es das letzte Mal eine Explosion, die uns das kaputt gemacht hatte. Ja. Irgendwas muss es halt, äh, gewesen sein. Aber gut. Sicher ist sicher. Hallo? Äh. Weg. Komm mal hier mit, bitte. Ah ja. Immer schön, der, ähm, dem Hänsel Gretel aller verstörten sein, äh, Pfad, mit Innereien halt überall verteilt. Dies. Das ist nicht cool, Mann. Zuerst rechts und dann geradeaus, oder zuerst geradeaus und dann rechts? Im anderen Raum hatten wir doch auch nochmal Gebiet, oder nicht? Oh Mann, ey. Ähm. Lass uns zuerst die Höhlerquoten im Hauptraum. Hier? Ah, fuck. Hier geht es tatsächlich weiter. In beiden Orten, oder nicht? Man sieht so fucking wenig. Ich mach mal lieber so, ne? Ah, warte mal, da war ja noch ne Einstellungsmöglichkeit, dass man Helligkeit in Höhlen und so weiter. Hab ich schon oben. Ah, schon besser. Mit meinen Hallo Freunde. Da ist's gut da vorne. Ich muss langführen. Riecht nur ein bisschen komisch. Ich kann's überhaupt nicht verstehen, warum. Okay. Äh, ich glaube, meiner ist tot. Hier geht's nach oben. Ja, boah, Mann. Das ist das wie ne Höhle. Liegende Kisten. Hast du den Himmel? Oh, ein Bild. Das ich nicht aufnehmen kann. Aus unerfindlichen Gründen. Kannst du's aufnehmen? Nein. Hm. Dann haben wir's vielleicht schon. Das... Wir waren doch nicht. Äh, nein. Da auf der anderen Seite sind Freunde. Wow. Oh mein Gott, sein Gedämmel kommt da raus. Uch. Hm. Das erste Mal, dass ich mich im Spiel verstehe, ist ekel. Lass uns einfach was verstehen. Holy crap. Oh. Nice. Stoff. Stoff, 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 Stoff. Ganz viel Stoff, ich brauche Stoff. So. Robben. Und... Jetzt kein Witz. Wenn du Musik hörst, schellst das Energie wieder her. Das ist ja voll cool. Ich muss einfach ganz viel reden, damit YouTube mir das nicht strikt. Du, 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 du. Und dann kannst du nicht mehr rauskennen. Ich mache auf jeden Fall mal ganz kurz ein Foto von dem, was ich gerade hier, von dem Bild hier. So, dass wir es eventuell mal später erkunden können. Reicht es mal mit den Fotos ab, die du hast? Ich kleide mal kurz hoch, um zu gucken, ob oben was ist. Hast du eigentlich noch Dynamit? Ja. Drei Stück. Kannst du nachher kurz gucken, die Wand, die da ist, wo man dahinter Geräusche gehört hat? Wand, die da ist, wo man dahinter Geräusche gehört hat. Hier bei mir, oder was? Warte noch, ich komme nachher runter, aber... Sprengen wir das. Hast du gerade gesagt, du sollst warten? Ich glaube, ich habe das nicht so gut verstanden. Nö, hilft nichts, bringt nichts. Bring nichts, okay, schade. Okay, hier kommt man wieder raus. Oh, stopp, 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 stopp. Oh, da kann man überall Dynamit anpacken. Wenn ich es hier dran machen kann, dann probieren wir es mal. Der bringt nichts. Außer am Pfeifen nicht mehr. Wir haben gelb, haben wir noch nicht, oder? Ja, gelb. Ich mache die Flaggen gelb an den Höhlen, wo wir schön raus... Oh, scheiße. Bist du denn jetzt schon wieder? Oben. Was machst du oben? Oben. Kurz eine Signalflagge hoch. Ja, hier, geht's hoch. An der Stelle, wo ich jetzt nicht da... Gilles... An der richtige Flagge hingestellt habe, oben. Gelb. Gelb habe ich jetzt markiert mit Höhlen, die wir noch nicht... Die wir schon entdeckt haben. Ist gut? Gut. Alright. Sicher dass es kein Gelb davon noch gab? Ja ich habe rumgeguckt. Gut. Ja. Nein jetzt hast du wieder Ellen. Was? Das Fleisch das du auf dem Boden wirst. Klar du denkst du wohl nicht dass ich irgendeine verpestete Kacke mit mir rumtage damit ich mich da auch noch bei 50% begeistert. Du kannst eh tun und lassen was du willst. Du bleibst bei den 100%. Angry. Dankeschön für den Sub. Für den Prime Sub herzlich willkommen. Ja lass komm lass den Gang durchgehen. Moment. Du hast ja Zeit überbrückt nicht so lange. Du weg warst? Ja. Lass mich das aufheben. Oh. Sehr kluge Hutsismus sag ich nur. Ja. Okay. Nein. Das ist Out of Mac. Wack. Hör auf damit. Nein. Das ist Out of Mac. Ja wir haben jetzt ein bisschen an Problem. Wir haben nämlich zwei Abschnitte in der Höhle. Dann machen wir jetzt nicht die Nachfrage. Na. Wir dürfen einfach das andere nicht vergessen. Ja also hier hinten ging es durch. Ja. Dann machen wir mal das. Hm hm hm. Ne warte. In der Höhle war es bis jetzt immer so. Das Wasser nie gut war. Da sind wir nie groß weiter gekommen oder? Ne stimmt man. Warte wo bist du hin man. Ich seh den Eingang nicht mehr. Das ist an der Kante. Du bist noch mit. Du standest neben mir vorhin noch. Zurück. Ah ja ok. Ey wie viel fucking Hunger kann man in so ne scheiß Höhle haben. Jetzt mal real talk. Charakter. Funny drinks. Mhm net. Und drinks. Nu wir have und drinks. Oops. jetzt noch mal weiter holen los wow los Fun Drinks Wollen die eigentlich nur zu trinken mich genommen hier? Was ist los mit denen? Wack, ich ähm will ich an dieser Stelle ja nicht beunruhigen, aber es gibt wieder zwei, holy crap, wieder zwei Gänge hier Dann zurück und den Gang nach rechts, oder was? Hm Du gehst rechts ich geh links Hatt ich für keine gute Idee Gab's was bei mir zu lesen? Loll Bro Das verstört mich jetzt Motherfucker Das ist ne fucking Zeichnung Hier geht's raus, geht's zurück Ah echt? Ja Lass trotzdem kurz ne Signalflagge hinwähren, damit wir Orientierungspunkte haben Mach das dann, bleib ich hier kurz Wahrscheinlich gibt's deswegen so viel Food & Drinks, weil die Leute sich möglicherweise nicht weitertrauen Genau wie mir? Ja 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 Warte ich glaube es war hellgelb Gelb haben wir noch nie Gelb haben wir noch nie Gelb ist, ist gut Warte hier liegt noch was Schädel, überall Schädel Ich komm wieder rein Ich komm wieder rein Man kann sich sogar verstecken in dem Spiel Okay Okay so jetzt hatten wir die andere Seite noch nicht entdeckt Diese hier, weißt du? Das wäre von hier nach links, ja Licht Licht Nein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss